Komm, Salih. Okay. Das wird ne haarige Sache. Bist du bereit? Dann mal los. Wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Unglaublich. So kriegen sie das Wasser an die Oberfläche. Sieh mal die Decke hier. Es überrascht mich, dass nicht längst alles eingestürzt ist. Keine Ahnung, wieso das alles noch steht. Keine Ahnung. Ganz ehrlich. Kurz den Schatz noch eingesammelt. Wir müssen dort rüber. Hilf mir mit der Tür. Komm, Salih. Mithelfen. Mist, runter. Drei Schüsse habe ich da für dich verwendet. Gehen wir einfach runter. Gehen wir einfach runter. bye. Oh, shit. Sehr gut. Wir haben wieder 6 Schuss im Tau. Wir gehen in den G mal. Verdammt, soll ihr noch mehr besuchen? Sie sitzen in der Falle. Ach du Scheiße. Nein, nein, nein. Ah, fuck, alter. Ah, die Granate hat mich gekillt. Sie sitzen in der Falle. Okay. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Komm her. Ja. Ach du Scheiße. 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 Holy shit, alter. Ganz ruhig. Okay, die Bolt Sniper nehme ich jetzt mal nicht. Oder vielleicht doch. Oder den Hammer. Boah, der könnte echt schnützlich sein. Ah, okay. Ich weiß, solange wir müssen. Boah. Boah. Na ja, die gehen auf jeden Fall ins Wasser. Hey. Haha, schön. Das behalte ich. Alles klar. Dann. Sully, hilf mir mal. Wir müssen hier durch. Komm Sully. Dann. prendre. Oh. Was ist denn hier? Ja? Was ist denn hier? Ich bin hier. DAS. Vorsicht, sanft hochziehen. Soll das ein Witz sein? Wir müssen das Ding ausschalten. Eine Idee? Na ja, die sind eine Überzahl, Junge. Wir, äh, wir trennen uns. Und flankieren sie? Ja, das könnte klappen. Das könnte klappen. Dann, wo ist er? Sully! 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 Dane! Nein! Arno, wir müssen weg! Schnell! Komm, Sunny! Ja, komm! Sag mir, dass du kein Wasser geschluckt hast! Ich glaube nicht. Okay. Genau deshalb gehen wir im L.A. raus. Los, wir müssen weg! Hier stürzt gleich alles ein! Gern Dollar. Immer wenn du das reicht. Haltet sie vom Arlo fern! Was soll das denn? Wissen die nicht, dass wir begraben werden? Dann versagt mir, das kümmert sie nicht! Aber ganz bestimmt! Oh mein Gott! Die Stadt stürzt ein! Wir müssen hier raus! Danke, dass ich... Schnell! Zurück! Oh Gott! ... Ne, lieber eine M9. Einfach weiterlaufen, komm. Komm, Sully! Hier drüben, Sully! Hier hinauf! Wie kommen wir hier raus? Die Zahnräder! Sully, wir müssen damit nach oben, okay? Wir stürzen alles ein! Alter, der kann doch zielen und ich nicht, oder was? Baseball! Wir stürzen alles ein! Pass auf! Wie kommen wir hier raus? Die Zahnräder! Sully, wir müssen damit nach oben, okay? Wir stürzen alles ein! Hier hoch! Okay. Okay. Sehr schön. Wie kommen wir raus? Sieh! Drake! Hey! Marlow! Komm nicht hin! Komm schau! Zieh dich hoch! Nix ab! Drake! Wirst du deinem Namen gerecht? Tu es! Dann bekommst du ihn wie Francis von Elisabeth. Beweise deine Größe! Ich muss nichts beweisen. Stell, gib mir die Hand! Lass sie nicht einfach sterben! Halt die Klappe! Hey, gib mir deine verdammte Hand! Hier! Nehm sie! Was machst du da? Ich kann nicht! Ich kann nicht! Es springt nicht! Verschwinde es endlich! Fischen! Nein! 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 Komm! Nein! Nein! Lauf! Notwin! inertes! Von dem Von dem